Fakt ist, der größte Arbeitgeber im echten Norden ist die Landesverwaltung Schleswig-Holstein. Es ist genau der Mix aus Mathematik an der frischen Luft sein. Wir liefern die Daten für zum Beispiel Google Maps und Navis. Es macht vor allem aus, mit modernen Technologien unterschiedliche kundenorientierte Produkte zu designen. Wir liefern die Grundlage für viele technische Anwendungen im Alltag. Ja, also das duale Studium ist eine Kombination aus Bauingenieurstudium und Lehre. Das Besondere daran ist einmal, dass man während des Studiums beim Land tätig ist und dann sein Studium finanziert bekommt. Als Bauingenieur besonders heißt es, dass man nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch vor Ort was macht. Wenn man Spaß hat an Hochtechnologien, arbeiten am PC, mit modernen Produkten, dann ist es auf jeden Fall richtig, hierher zu kommen. Mein Job ist gar nichts langweilig, sondern es ist ganz interessant und spannend. Komm zu uns in die Landesverwaltung Schleswig-Holstein.